Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Fallout 4. Ich bin der Neflatur und ja, wie ihr seht, haben wir uns in Schale geworfen. Wir haben unseren besten Zwirn aus dem Schrank geholt und übergestülpt und Leute vor uns versammelt mit dieser Glocke zusammengerufen. Denn, und das ist auch noch mitten in der Nacht, also hören wir mal, beziehungsweise, na gut, Sonne geht gerade unter. Aber wir haben die Leute versammelt, denn wir haben einiges anzukündigen, einiges zu besprechen, denn es hat sich viel geändert und es wird sich auch viel ändern. Und zwar, in der letzten Folge habe ich es schon gesagt, dass es mir meine Stimmdatei zerrissen hat und ich das Ganze dann zum Anlass genommen habe, die ganze Qualität und den ganzen, ja, ich sag mal, Workflow mit dem Aufnehmen ein bisschen zu verändern. Und das hört man in der Qualität. Das war mir aber noch nicht genug, denn ich habe da noch weitergemacht und habe mir ein neues Schneidewerkzeug, ein neues Schnittprogramm besorgt. Und das ermöglicht mir jetzt auch noch die Videoqualität zu verbessern, bessere, sag ich mal, Video-Output zu liefern in etwa gleichbleibender Zeit. Das ist super. Also, das heißt für euch, ihr kriegt besseren Sound und besseres Bild. So viel dazu. Und dann habe ich mir noch allgemein ein bisschen über den Rhythmus, über die Folge, wie wir dann Videos machen, habe ich mir Gedanken gemacht. Und zwar werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde versuchen einzuhalten, von Dienstag bis Freitag gibt es jeden Tag, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, gibt es jeden Tag etwa so um 18 Uhr abends ein Video von mir, ja. Das dauert weiterhin zwischen irgendwo 20 und 30 Minuten, ja. Und da sich so viel ändert, da ich ja dann auch Off-Camera viel mache, was ich euch aber natürlich nicht vorenthalten will, das will ich euch natürlich auch zeigen, wird es dann öfters mal ein Weekend-Special geben. Also da gibt es dann zum Beispiel Handwerkerfolgen oder Sightseeing-Folgen oder Rumreisen oder einfach nur Besprechungsfolgen. Die gibt es dann eben am Wochenende. Die werden dann auch irgendwie gekennzeichnet, ihr werdet sehen. So, so viel dazu. Dann gibt es was anderes. Und zwar haben wir das Niematzland verlassen. Und zwar heißt es, wir benutzen hier jetzt auch Mods. Wir haben ja vorher immer Vanilla gespielt, sprich ohne Mods und haben da, denke ich mal, auch einen ganz coolen Eindruck bekommen. Aber es gibt einfach Punkte und die kannte ich jetzt, was mich persönlich gestört hat. Und da habe ich mich dann ein bisschen auf die Suche nach Mods gegeben. Welche das genau sind, schreibe ich euch natürlich, ganz genau unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch die dann rausziehen. Und es sind auf jeden Fall keine spielmechanisch verändernden. Also sprich, es werden wirklich keine Waffen hinzu, Waffenwerte werden nicht verändert etc. Das passiert nicht, sondern es sind rein Komfort und Grafische. Also sprich Komfort zum Beispiel, wenn wir einen NPC ansprechen, dann hält unser Charakter dem NPC immer die Waffe direkt ins Gesicht. Das schaut immer ziemlich aggressiv und bedrohlich aus. Jetzt hält er die Waffe ein bisschen schräg nach unten. Das schaut einfach, ja, es schaut rollenspieltechnisch einfach schöner aus. Dann, ja, zum Beispiel das auch im Pip-Boy-Menü, das ja relativ klein ist, dass dann zum Beispiel die Namen raus verschwinden. Da versucht eine Mod immer diese Namen zu klein zu machen, dass man sich trotzdem noch lesen kann. Solche Sachen immer zum Komfort. Und dann gibt es grafische Sachen. Ich habe eine Mod gefunden, zum Beispiel, die in uns Wetter gibt. Da will ich aber noch nicht mehr dazu sagen, denn die ist wirklich wow, also die ist wirklich grandios. Die knallt rein. Ich hoffe, dass wir das bald erleben, dass da mal so ein richtiges Sauwetter kommt. Schaut mega gut aus. So, so viel dazu. Dann, wie machen wir weiter? Ich werde, ihr seht ja schon, hier in Sanctuary hat sich unglaublich viel verändert. Ich werde jetzt keine Sightseeing-Tour machen. Das gibt es dann eventuell am Wochenende mit euch. Ein bisschen was werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar mit das größte Problem, das wir haben. Das ist ein kleiner, ja, müssen wir uns mal Gedanken machen. Und zwar läuft die Badewanne über. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld. Wir müssen uns was einfallen lassen. Es ist wirklich furchtbar. Wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, Geld nehme und wieder drauf tue, dann fängt das alles an, sich zu bewegen. Da, da bewegt es sich noch. Und irgendwann schuppert es die ganzen Geldscheine nach unten. Das ist auf jeden Fall ein riesig großes Problem. Ganz kurz zeige ich euch auch noch, wir haben hier zwei Power-Rüstungen organisiert. Die Mauer ist jetzt zu. Also wir sind hier wirklich, das ist jetzt langsam wirklich eine Festung. Wir sind sehr viele Leute geworden. Wir haben mittlerweile, ich gucke mal eben nach, elf Leute. Elf Leute sind hier mittlerweile. Und es wächst weiter. Ja, das ist ziemlich cool. So, dann ziehen wir mal wieder unseren Smoking aus. Denn es geht so langsam los. Wir beeilen uns jetzt auch. Ich will noch was schaffen, Leute. Das Minuteman-Outfit ist zum Beispiel neu. Es gibt uns Beweglichkeit und Wahrnehmung. Eins, dann Haltstuch. Das gibt nichts. Das, das und das. Ich glaube, Problemlöser, das ist neu. Roboter verursachen Schaden weniger. Genau. Und ich glaube auch, dass die Lederrüstung neu ist. Aussehen tut das Ganze wie folgt. Mal ein bisschen ins Licht gehen. Und ich finde, das schaut schon richtig cool aus, oder? Aber ein bisschen Stil weg von diesem, von diesem Diamond City Wachen Outfit. Genau. Waffentechnisch haben wir die hier. Die kennt ihr. Dann haben wir das hier, was ein Automatikpistolengeschütz, Impro-Automatik ist. Schießt schnell. Haben viele Munition davon. Können also rumballern wie die Wilden. Und das ist nämlich das Problem bei ihr hier. Da laufen wir langsam aus. Müssen wir mal gucken, wo wir Munition herkriegen. Genau. Und haben wir noch dieses Gewehr. Das kennt ihr auch. Dann gibt es was Neues. Und zwar das hier. Das Döner-Messer. Das haben wir ja auch letztens geholt. Das ist super. Also unsere neue Nahkampfwache weg vom Basie hin zu diesem Döner-Messer. Schaut so geil aus. Können wir später auch modden. Müssen wir allerdings noch ein bisschen skillen. So. Dann haben wir unser Laser-Gun. Das ist ja mehr oder weniger schießt das Ding so wie eine Schrotflinte. Also streut die Laserstrahlen. Auch cool. So viel dazu. Wir schmeißen mal. Ich führe euch dann, wie gesagt, immer bei einer Special-Sendung hier ein bisschen rum. Und zeige euch das alles, was ich gemacht habe. Und, ja. Aber unter der Woche bei den regulären Folgen von... Moment, da ist das Smoking. Wie gesagt, bei den regulären Folgen von Dienstag bis Freitag abends, da wollt ihr Action. Das ist jetzt dieses Gelaber, was wir jetzt gemacht haben. Das ist erstmal, wie heißt ich mal, eine Ausnahme. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall hier in Sanctuary noch erledigen wollen, ist, wir wollen hier zu Oma Murphy. Ich mach mir nicht viel aus gut zu nehmen. Zu Oma Murphy, denn sie hängt uns immer noch in den Ohren mit dem Chat. Und da geben wir jetzt auf jeden Fall mal an. Ich hab noch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt nicht. Jawohl. Hey. Hast du was mit ein bisschen Kick für mich, Kind? Jawohl, du Trophi. Hier hast du eine Ladung. Hier. Eine Ladung, Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Ich bin sehr gespannt. Du bist dem Mann auf der Spur, der dir deinen Jungen genommen hat. Okay. Ich sehe ein Haus, fest verriegelt. Ketten angelegt von einem lächelnden Hai. Wow. Aber es gibt eine Alternative. Ich sehe sie. Ein Schlüssel. Verloren, vergessen. Nach unten gefallen. Sieh dir die Stühle unter dem Haus genauer an. Sie beherbergen das Geheimnis. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Das klang ein bisschen nach dem Haus, wo wir rein müssen, oder? Hier mit diesem... Wie heißt der Kellog? Schlüssel, versperrt. Und, und, und. Haus unter den Stühlen? Das müssen wir auf... Hast du noch mehr zu sagen? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Okay. Besorgst du mir einen? Ähm, du wirst einen Stuhl haben von mir. Okay, ähm... Murphy, pass auf. Wir checken das mal. Wir checken das mal in Diamond City mit dem Kellog's Amars und ob da der Schlimme runtergefallen ist. Und, und, und. Wenn das wirklich stimmt, wenn du ein Orakel bist und sozusagen, ja, wenn du ein bisschen weiß hagst, dann kriegst du deinen Stuhl. Und deswegen sagen wir hier mal mal sehen. Mal sehen. Ich brauche kein drittes Auge, um ein vielleicht zu erkennen. Ja, es war ja auch ein vielleicht. Hast dir Zeit. Sobald ich sitzen kann, kann ich dir auch wieder helfen. Wenn uns das was bringt, da dein Orakel und dein Jet, dein, dein Drogen nehmen, sag ich mal, dann kriegst du auf jeden Fall, dann kriegst du auf jeden Fall deinen Stuhl. Wer bist du denn? Bist du neu hier im Team, oder was? Sie ist aber zugewiesen. Wir sind schon zwölf, wir haben jetzt eine neue Person dazu gekriegt, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ah ja, das zeige ich euch auch noch. Hier, wir haben einen Laden, der produziert ein bisschen Kronkorken und Zufriedenheit. Hier, da seht ihr, er produziert noch Zufriedenheit. Und wir können Sachen verkaufen. Das ist ein ganz normaler Laden, also sprich, eher so cremige Zeugs. Und wir brauchen Betten. Euiuiui. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ein Bett hinstellen, wenn wir jetzt schon wieder gewachsen sind. Das stellen wir jetzt ganz schlampig da schnell hin. Halt. Ähm, darfst du betten? Ein gutes Bett. So, das stellen wir jetzt ganz schlampig. Ah, bauen wir vielleicht gleich zwei hin. Genau, so. Moral sinkt. Warum sinkt die Moral? Vielleicht nicht. Ich freue mich schon auf den Stuhl. Ja. Es ist so nett von dir, dass du mir hilfst. Ja, kein Thema. Wie gesagt, wenn es was bringt, dann machen wir das. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Ich baue sie gerne wieder zusammen. Das ist cool. So, jetzt wollen wir aber was erleben. Und zwar, ach ja, was ich euch auch noch sagen kann, ist, ähm, es gibt was Neues. Und zwar habe ich was skillen können, was uns Versorgungslinien, Versorgungsrouten einrichten lässt. Und zwar ist es so, dass wir, ähm, ja immer alles nach Sanctuary bringen. Die ganzen Rohstoffe, etc. Alles hier hin. Und dadurch haben die anderen Siedlungen keine, keine Rohstoffe, mit denen wir bauen können. Versorgungslinien, ähm, lösen das Problem. Und zwar brauchen die einen Siedler und man kann sie dann von Siedlung zu Siedlung einrichten. Und dann können wir in der anderen verbundenen Siedlung genauso auf die Rohstoffe zugreifen. Und das wird, ähm, also ich baue dann so ein Netz auf, sag ich mal. So in meinem Kopf steht es schon. Hier wird es dann gerade umgesetzt. Von Sanctuary nach Abernathy Farm, die übrigens auch neu ist, aber das, ähm, erkläre ich euch irgendwann später. Genau. Und von der hier runter zum Starlight Drive-In. Und von Starlight Drive-In, da haben wir sehr viel Platz zum Bauen und können sehr viele Siedler holen. Da bauen wir so ein Handelszentrum ein bisschen auf, zusammen mit Sanctuary. Und da wird dann praktisch auch ein bisschen so, äh, so ein Verteiler, so eine Verteiler-Area gebaut. Von da gehen dann mehrere Routen ab. Und zwar hoch zum Ten Pines Bluff. Und dann irgendwann hier rüber, vielleicht noch zur Kindergrippe. Und nach unten zum Grey Garden. Aber dann auch nicht mehr weiter. Grey Garden wird dann weiter liefern. Nach Oberlandstationen. Und so geht es immer weiter. Also so wird dann das Netz ausgebaut. Und irgendwann können wir dann wirklich in jeder Siedlung einfach so bauen. So. Das muss jetzt aber auch, ähm, reichen. So. Und zwar habe ich hier einen Steinbruch gefunden. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall mal hinreisen und noch ein bisschen was erledigen. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Ich hoffe, wir schaffen den ganzen Steinbruch in dieser Folge noch. Das wäre toll. So. Da wären wir. Der Steinbruch. Da war ein Typ, bin, bin ich hier vorbeigekommen. Da vorne sitzt er. Der hat uns gebeten, weil der Steinbruch ist mit Wasser vollgelaufen. Und das, was er gerade repariert, ist eine riesige Wasserpumpe. Und es gibt hier so, ja, so Blutlasen steigen hier auf. Die sagen uns an, dass da Ventile sind. Und die sind zu. Und die machen wir jetzt auf jeden Fall auf. Ganz hart. In dem Terminal, in so einem Wagen, stand drinnen, dass komische Geräusche aus den ganzen Rohrsystemen und sowas kommen. Also sprich, habe ich auch ein bisschen Nervenkitzel. Aber wir springen jetzt einfach wagemutig da runter. Wui. Und machen das direkt mal auf. Ein bisschen ist auch sehr, sehr dunkel. Wir sehen nichts. Da drüben, da machen wir das zuletzt auf. Weil da ist der Aufgang, dass wir dann schnell nach oben gehen können, bevor da irgendwas passiert. Da ist das andere Ventil. So. Und dann das letzte. Und dann schnell raus aus dem Wasser, na. Schnell, 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 schnell. Okay. Jetzt haben wir alles ruhig hier. Okay, dann pappeln wir vielleicht drüber mit dem Typen. Wo ist der denn jetzt? Da ist er. Ey, jo. Mhm. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Ähm, den Schalter an der Pumpe. Alles klar, wir drücken. Wir sind gespannt, was passiert. Oh nein. Müll los. Okay, ähm. Das machen wir Punt. Ne, wir los. Ah, das war nicht so gut. Ah, er zählt ja auch mal, wie die Waffe hier schießt. Geht ganz gut, ne? Ah, der war super, der trifft. Richtig ins Gesicht. Kommt auch noch was. Oh, Dogmeat hat's schon wieder hart angekratzt. Ja, das scheint's gewesen zu sein hier. Was ist mit dem Wasser? Boah, da schaut euch das mal an, wie das jetzt aussieht. Und dahin kommt ein Gewitter. Und, ah, wir kriegen's in der ersten Folge, die ich nach den Bots aufgenommen hab, jetzt hier aufnehme, kriegen wir gleich das, was ich euch gerne zeigen möchte. Ein richtig fetziger Gewitter. Oh, das schaut so gut aus. Nun gut, aber wir labern noch eine Bit. Oh, das ist doch eine Männlichkeit. Da ist es. Hi. Hallo. Meierlacks. Es ist mir keine Überraschung, wie Sie jetzt weggeworden sind. Naja, ich muss an dem Weg noch weiter rasseln. Dürft aber jetzt nicht mehr als so schwierig sein. Okay. Danke fürs Abkommen. Hier, nenn das bevor du gehst. 75 Kronenbord. Vielen Dank. Da, schau dich das mal an. Wow. Wenn es direkt über uns ist, schaut es so sarkhaft gut aus. Aber das ist wohl gerade über Diamond City. Ja. Ein bisschen hier. So, was machen wir jetzt? Ja, ich würde jetzt gerne mal nach Diamond City gehen und mit dem Schlüssel gucken. Wir machen mal eine Schnellreise. So viel, wie wir in diesem Video noch schaffen. 15 Minuten haben wir schon etwa. Da geht schon noch was. Schaffen wir noch was. Und dann will ich auch mal hier mit dem Doc, das was da in seinem Chirurgenkeller abgeht, das möchte ich auch wissen. So. Da ist Kellogs Haus. Ist das da, glaube ich, ist es. Und dann muss es ja direkt unten drunter sein, rein theoretisch. Da sind die Stühle. Ach, und wir können sie gleich suchen. Unglaublich. Die Mama Murphy hat recht. Die kriegt ihren Stuhl. Die kriegt ihren Stuhl auf jeden Fall. Kriegt sie dir. Und das war es jetzt schon. Cool. Ja, bevor wir da jetzt aber reingehen. Und weil es startet ja dann wieder weiter die Main Quest. Möchte ich jetzt auf jeden Fall mal hier gucken. Wir waren ja auch noch überhaupt nicht in der Bar oder sowas, ne? Hey, du warst in der Zeitung, stimmt's? Der Vault-Bewohner mit den tausend Versuchskaninchen. Was war das für ein Experiment? Das Zentrum der Planeten in ganz Diamond City. Das sind wir. Lasst euer Team nicht hängen! Supplies. Wir können immer Munition kaufen. Ah, der Neue. Stimmt doch, oder? Ja, nicht mehr ganz so neu. Aber was meint er denn damit? Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Okay. Ey, ich bin Arturo Rodriguez. Ey, Rodriguez. Ähm. Ich kennst dich also mit Waffen aus. Oder? Du kennst dich also mit Waffen aus. Was? Pass auf. Ich kann dir knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mords. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Das stimmt. Schraub ein Zielfernrohr dran. Vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir über das Geschäft. Was brauchst du? Zeig mal, was du so hast. Nimm sie ruhig auch mal in die Hand. Ja, ich nehme sie ruhig mal in die Hand. B-b-big boy. Hm. Jawoll. Was ist das? Old Faithful? Vorher sagt, doppelten Schaden, wenn das Ziel top volle Gesundheit hat. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das Ding. Was hat er denn sonst noch? All nicht. Wahnsinn. Mit Düsenantrieb oder was? Irgendwann. Die sieht auch cool aus da. Geht bestimmt auch gut ab. Na gut. Und so rüstungstechnisch. Was hat er denn da? Metallberüstungen. Kampfrustung. Rechter Arm. Okay. Rechter Schutz links. Menschen verursachten Schaden. Auch nicht schlecht. Super Mutanten. Also eher so Defensivgeschichten hat er da. Aber wir brauchen auf jeden Power-Rüstungsgestell. Ist das dann ein besonderes oder was? Wir haben ja schon eins. Was kostet das? Oh, ist aber teuer. Müssen wir uns mal ein bisschen aufheben. Schrott. Munition. So, wir brauchen auf jeden Fall für unsere Pistole hier einiges an Munition. Hi. Da ist das teuer. Uiuiui. Ähm. Aber wisst ihr was? Sagen wir 50. Okay. Komm. Das müssen wir uns jetzt mal leisten. Muss einfach sein. Was? Ne. Nein. Halt einen Moment. Rakete will ich keine kaufen. Da müssen wir auflegen. So. Passt. Danke fürs Geschäft. So. Jetzt haben wir da wenigstens mal wieder ein bisschen. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. So. Und jetzt holen wir hier mal die Kneipe noch eben auf. Und, ähm. Alles für einen ausgeglichenen Tag. Gehen wir bei seiner Gruner. Warten wir auf die Nacht, dass wir es knacken können. So. Hey, du bist dieser Walsbewohner. Der aus der Zeitung. Ja, du der Friseur, ne? Gehen wir jetzt mal rein. Mal schön ihn trinken. Vielleicht nicht mehr in der Folge, aber in der nächsten fangen wir dann gleich mal mit einem kleinen Drink an. Weiter in Entry Station. Ein Fluss zu überqueren, ja? Ich hab also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlock. Ein Meierlock? Da haben wir gerade zwei Stück in der Idee. Der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so. Höchstens. Richtig tödlich sind. Ich hab ganz vergessen, dass du da bist hier, Fim. Was geht's? Weißt du was? Vergiss das. Ich kümmere mich selbst darum. Okay. Servus. Aber bevor wir... Wir lesen jetzt noch schnell den Zettel hier, mit dem das interessiert mich. Raider in Entry Station. So. Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. Beides. In der Nähe von Entry Station ist es zu verstärkten Raideraktivitäten gekommen. Sie haben Geld, Ausrüstung und Vorräte. Alles von ehrlichen und fleißigen Menschen gestohlen. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Ähm. Cool machen wir auf jeden Fall. Da schauen wir auf jeden Fall mal vorbei. Kleine Nebenquist. So. Wir nehmen jetzt hier Platz. Schöne kleine Bar. Hat was. Könnte mal wieder tapiziert werden. und dann durchgestrichen. Aber hat was. Wir passen auf jeden Fall ganz hervorragend rein in die Runde. So. Leider ist die Folge schon wieder vorbei. Wir müssen uns auf der Halten. Ja. Lass mich mal zu Ende die Abmoderation machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Euer Neflatur. Bis dann.